Digger, denkst du, wir schaffen noch eine 150 Follower? Nee, das wird's schwer. Lol, du hast sogar mit Maus den Mauskämen. Lol, Ehre. Wieso, gefällt's dir? Ja, Mann, ist nice. Wenn du jetzt noch eine Facecam machst, oder? Junge, dir wurd schon donated, halt als Maus. Als ob. Ja, der aus Eure kam von Crafting Teddy. Ehrenmann. Ja, stimmt. Geiler Stream, danke, Tobi. Ehrenmann. Bitte, bitte. Okay, ehm, hier landen noch im Team, also unten in das Video. Ja, sehe ich, bei mir und bei dir im Stream. Oh, die Stadt ist deine, dann nehme ich das Jagdwehr hier. Nice, nice. Pass. Ich hab noch ne Taktischer, wenn du willst. Hab ne Pump. Okay, super. Läuft. Super. Super duper läuft. Haha. Ich hab noch nepel. Okay. Der ganze Lake особ civilians probiert. Ja, ich hab ihn nicht mehr. Also, Stay normal. rie pouvez auch noch ein paarotie, die 5000 insk도 Single editieren. hier ist ein big pot jo danke wo das eine piste ich habe aber jetzt nichts zum fernkampf ich auch nicht außer ein jagdgewehr so nahe er oder so habe ich auch nicht gefunden ich habe nur unsere lieblingswaffe wollen wir die hier sind gegner glaube ich wenn du es nicht bist der gegner bei mir dann bin ich nicht ich komme ich komme wollte gerade nach unten gehen und nicht sterben hier sind zwei durch durch ich habe einen lockt der sollte low sein der ist low da kommt noch andere gegner auf und zu glaube ich schnell weg wenn ihr die beim ich kann mir das ich habe noch ein mini für dich ja erst mal erst mal jede waffe nach doch nicht die haben auch keiner gehabt doch hier eine grüne ich bin Okay. ok ein bisschen mit ich gehe schon mal nach unten okay Ja? Für uns. Komm auch. Pilze auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ich hoffe, die sind nicht giftig. Hoffe ich auch nicht. Jetzt kommst du Wasted und dann so. Irgendwie lag für mich gerade ein bisschen. FPS Drops. Ja. Geht mir gerade genauso. So. Wie viel? Äh, Muni hast du? Aber ich kann ja schauen. Oh, Alter, du hast ja voll viel. Gib mal ein bisschen was ab. Ich hab nur 44. Okay. Danke. Bitte sehr. Okay. Wir liegen so viel Pilz rum, das ist geil. Du kannst nicht safe auf 100 teilen. Äh. Ja. 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 Echt so. Von 0 auf 100. Boot. Ich guck mal, ob Gegner kommen. Ja. Wir können ja wieder mit dem Hammer-Board ein bisschen spielen. Ja, Mann. Gute Idee. Ah, hier ist aber nur einer. Welcher ist eins? Hier ist auch noch einer, okay. Ja, beide. Alles. Alter, mit Luftballon, alter. Krankenschwebe, alter. Ist ja, ist ja nicht so... Ist ja... Ist ja... Ist ja nicht so, dass du schon schwebst, ne? Aber... Schweb noch höher. Oh. Alter. Schau mal, wie krank. Ach, Tokar. Das ist echt krank. Woah, da sind Gegner hinter dir. Lol. Hinter mir? Ja. Hinter dir beim Haus. Beim Haus. Oh, ja. Warte, ich komm runter. Oh, mein Gott. Ich bin RID. Warte, ich muss das Haufenboot abdingsen. Und jetzt, dann komm ich runter mit einem Luftballon. Oh, das sind richtige Schwitzer. Zwei. Egal. Aber noch... Ich weiß. Ich hab den hier runter geloadet. Hier, bei mir ist da einer. Wo ist da hin? Hier ist da. Runter gefallen? Hast du... Alter Junge. Ich hab mich so abgebaut. Sag doch was. Sorry, ich musste das machen. Na mal. Sag das nächste Mal was, Alter. Weil ich hatte so 100 HP und so. Und dann bam, bumm. Weil da voll runter gefallen. Weil da hätte ich den Luftballon aktiviert, Digga. Sag einfach Bau ab und dann hätte ich den Luftballon. Ach der Gegner vor uns. Digga, ich check gar nichts mehr. Nein, ich bau wie ein... ... Bob. Bau ab! Du hast du ab? okay. Alter. das war so ein fehler halt durch ich habe mich notfalls schnappen ist die haupt und hauen ab oder hier sind nämlich beide lassen wir zurückziehen oder kurz unten jetzt habe ich wieder leben geil ist der mate irgendwo da alter junge der war richtig aber so hart läuft okay okay naja es geht schon wir haben alles so haupten wort und dann zone ja ich gehe einfach ohne ja da wird zwar noch eins aber das schon muss doch wieder die kasten trickshots machen ja du kannst auch ein paar krasse zurück so ich habe jetzt die da vorne sind welche auf sw aber pass auf ich bin noch voll weit entfernt ich kann dir nicht helfen ja ja das fack mich auch ab ich fau mich ein digga aber bei ab den an jünger nichts mit einspielen gleich war mal er ist so wie man irgendwo abgeschossen ich wieder runter hast du hier links da warte da oh mein gott ich kann gerade nicht warte ich weiß gar nicht was ich baue aber ich baue irgendwas die gegner sind bei mir war bei 157 gegeben mit der heavy digga wo ist denn der ist rechts von dir unter dir ein bisschen komisch zu beschreiben keine ahnung oder ist sind geholt der ist weiter unten noch weiter unten ich sehe nicht ist auch nicht mehr genau wo es alter von es kommen da noch welche hast du minis oder so ja drei stück ja dann kommen wir hoch nein ich komme runter kommen heute die können das easy abbauen komm hier liegt ja voll viel loot digga irgendwer im der gestorben ist flugzeug flugger hier bei mir sind welche wo bist du alter diese kommen runter damit ich runter alter und jetzt ich hätte ja bei dem stream schauen können idiot alter alter nice one krank er ist sorry manne und den kann den wir beide fünf kills oder das ist echt heftig ja ich werde sowieso gleich geholt gefühlt ist noch nicht in der zone ja ich weiß ich muss da lange ja ja neben noch vier andere das ist echt heftig schafft es nicht doch packst du ich glaube der hat mich schon gesehen ja wird schon auf dich gesnipet wir sind auch andere gegner machen wir mal auf mich ja es könnten zwei du teams sein oder vielleicht ein du team und zwei solos alle sollt einer 27 feilschaden bekommen weißt du bist dann in der neuen zone mit metall oder oder steinen besten jetzt und kann sich hoch bauen zu 2000 höher noch oder so dann hat es bessere sicht auf die weiß ich mal aber ich würde nicht mit holz bauen weil es kann man so leicht abschieben und du hast noch 500 steine und 500 metallen also abrufbar konzentriert zu lassen Was mach ich eigentlich? Nein, 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 push nicht, push nicht, push nicht, push nicht, du bist doch schon in der Zone, Digga. Ist mir egal. Hast du ein Jump-Head noch oder so? Oder lauf wieder zurück. Geh oben auf den Turm da. Ja. Mein Ground. Boah, nice, alter. GG. Junge, GG. Junge, 6 und 5 Kills, 11 Kills, einfach die Lobby auseinander. Erste Runde, alter, erste Runde, Digga, gewonnen.